Heute auf W24. Der Zuckerbäckerball. Die süßeste Nacht des Jahres und wir berichten live und vor Ort. So süß wie wir, glaube ich, ist heute keiner. Die große Eröffnung, unterhaltsame Gäste. Ein fröhlicher Ball mit Lebenslust. Und süße Momente der Wiener Bäcker und Konditoren. Der Zuckerbäckerball. Heute ab 22 Uhr. Untertitelung des ZDF, 2020